Hallo Leute, hier ist Tobias, der, keine Ahnung wievielte Admin, juckt ja auch nicht. Einer von den dreien Admins und mit dabei, ihr habt es schon gehört, ist der Josue. Genau Leute, ihr seht hier hier der Road-Account und diesmal ist es noch eine andere Folge und zwar von Road, sondern wir machen einfach mal ein bisschen Lost Battlefield, verschollenes Schlachtfeld. Ja, hoffentlich verkacken wir nicht komplett. Richtig. Und versuchen einfach, keine Ahnung, als Ziel, Zollner Punkt, was weiß ich was, mal zu erreichen. Ich glaube aber, wir machen noch einmal ein Paladin, oder? Ach, noch einmal ein Reset, oder? Bei Road, bei Road, weißt du nicht, wie stark es ist. Ja, stimmt, stimmt. Trotzdem, der Paladin, am Ende war es eh ein Paladin. Ich würde genauso die Rennfolge nehmen. Ja, würde ich auch, Mann. Die Sache ist, erstes Team kommt immer durch, egal was ist, erstes Team ohne SK. Könnt sogar spannend werden, ne? 170er SK, wenn ich so richtig sehe. Ja, aber ich habe aber harte Talente, wenn man sieht. Ja, nice. Warte, warte, der SK kommt zurück, der SK kommt zurück. Jetzt bitte ein Progg von der Valentina, äh, von der Trixi. Ja. Oh, schnell. Yo! Ich glaube, wenn wir das nochmal machen, dann könnten wir sogar... Yes! Jawoll, Ari ist zu einem Fünferkriegsbrot, fickt sich durch. Kurzer Moment der Stille. So. Ja, das war gerade ein bisschen Anspannung, aber gut. Oh, Atlantico, das könnte mies werden. Ich hoffe, die Medusa, ich hoffe, die Medusa proggt jetzt. Ich hoffe, die Medusa proggt jetzt. Ja, ja. Oh Gott. Oh doch, Atlantico ist weg. Oh doch. Ja, haben wir gewonnen. Okay, easy. Neue Gesangst-Channel-Operiode. Easy. Oh, Switch. Ja, sieht mir hier zu stark aus. Zu rosig. Ah, wir müssen Aries, weil wir haben bald keinen Switch mehr am Ende. Scheiße. Ich sage, es ist ein Switch, würde ich noch machen. Weil es ist alles... Mach Aries, Aries. Ich würde Aries sagen. Probieren wir Aries. Der hat never ein Fünferkrieg auf. Der hat aber locker irgendwie Evos. Ne. Ne. Yo, sogar relativ mittel-low. Der hat aber einen PD. Der hat einen PD und einen Ghoulim. Wie sagst du, eine Assassine drin? Hast du keine Legis mehr? Die hat einen Viererkrieg. Ich glaube, ich hatte sogar noch Legis, Alter. Das ist ja der Schitscher, diese Teams, vor fünf Jahren. Ich guck mal nach. Ich könnte aber aus der Nase nicht genug Legis haben. Ja, Medusa proggt jetzt, oder? Mal sehen, die hat noch. Der braucht halt einen Fünfererquicken. Easy, Alter. Was ist denn hier los? Wenn ich nicht aufnehme, dann läuft einfach mal gar nichts. Mal sehen, Teamform. Habe ich noch ein paar Legendaries übrig? Können wir mal kurz gucken hier. Wir entfernen mal den Fünfererquicken Eisdemo. Nope. Ich habe keine Legis mehr. Aber die Sache ist, die Sache ist, die Sache ist, er hat einen Fünfererquicken, die Assassine hat einen Viererkriegsgott. Läuft doch eigentlich. Eros würde ich angreifen. Mal sehen, was das so bringt. Ich finde es auch geil, dass mein verdunkelig eine Fünferstreuung hat. Das heißt, dein Verdunkeln. Was? Das hast du gerade verdunkelt. Leute, wenn ihr einen verdunkelben Fünferstreuung habt, dann lasst ein Like. Nein, auf jeden Fall. Gucken wir mal hier. Die Kölnsexte könnte auch eigentlich solo in ein Team kommen, die fickt sich komplett durch. Mein Atlantico-Team ist mein drittes Team. Weil es passiert nur auf Atlantico und einfach, ja. Man sieht, obwohl, yo, easy, easy. Wir gewinnen gerade alles, Alter. Was ist denn los? GG, easy. So, warte. Ja, komm. Oder warte, wollen wir vielleicht ein bisschen mehr Challenge? Jetzt haben wir zwei Skips, zwei Versuche machen. Ein Skip? Ja. Ja, Paladin. Oder Wiedergänger. Nein, Paladin. Wiedergänger ist schon stark. Den habe ich ja geroached. Ja, die Sache ist, ja, Wiedergänger ist nice. Ich finde es auch krass, dass sein Klon einfach, der ist wie genau wie die Pumpkins. Der kann einfach sterben, es juckt dich nicht. Ja. Und der hat einen Achter-Berserker. Nur wenn der Main stirbt, dann, ja, dann ist es scheiße. So. Die Kölnsexte ist einfach so OP. Ich finde es auch scheiße, dass du die jetzt hast. Das ist doch mein Held. So. Junge, easy. Obwohl, die sind alle auf 140. Ja, doch, easy. Medusa ist auch richtig krass. Naja, die ist wirklich eine der stärksten. Wenn ich die jetzt hier mit würde, würde ich glaube ich auch in mein Main-Team reinmachen. Ja, die ist so brutal. So. Ja, wieder gewonnen. Pain da, easy, alter. Ich würde sagen, scheiße, wir jetzt einen Skip noch übrig haben, aber na egal. Ja, sie juckt doch nicht, die Skip. Wir haben alles gewonnen, alter. Juckt nicht zur Sache. Easy. Dann haben wir ein bisschen noch das Battlefield gemacht. Wir können mal generell gucken, wie viel Ehre ich habe. Ich glaube, ich habe vor kurzem nur von dem Boss. Ja, ich habe höchstens 1000 oder so. Das ist ein bisschen scheiße. Oh, 148er Phantom. Und 147er Atlantico, das nervt ein bisschen. Bis jetzt war jedes zweite Team im Atlantico, gell? Ja. Aber Medusa fickt sich immer durch. Ich habe Atlantico im ersten, also bei meinem Main. Ja, easy. Komm, wir können mal den Skip benutzen. Für morgen habe ich dann vielleicht was Nices. Na, no shit. Und ja, Leute, wir könnten jetzt noch Arena machen oder so, weil die Sache ist. Hast du die Mauern schon komplett voll? Nee. Ja, weil du hast voll das Gold. Ja, dann kann ich mal gucken. Generell ab hier auf irgendeinem Punkt fangen die neuen Mauern an. Da könnt ihr direkt sehen, Leute, wie meine Mauern so sind. Äh, hier. Dann empfehle ich eigentlich immer die Mauern reihenweise zu, äh, machen. Ich weiß nicht. Ja, was machst du da? Ich tipp da neben, wie ein Spaß. Ich weiß nicht, wie du das immer machst, Tobias, gell? Ich mache immer so reihenweise. Ja, ich mache auch reihenweise. So, dann haben wir hier alle Mauern auf dieser Seite, äh, auf 13 und diese Seite ist komplett auf 12. Dann ja, Leute, danke fürs Zusehen. War jetzt ein bisschen kürzeres Video so für zwischendurch, wer Lost Battlefeed mag und generell, wer einfach mal so ein bisschen mehr von diesem Account sehen will und nicht immer eine Woche warten will, kann man machen. Ich spare übrigens, äh, Honor an, falls erzählt, warum habe ich 150.000 und meine Helden werden grad nicht gemacht. Ich spare an auf 200.000, um die Cosex zu machen. Und wenn ich über 200.000 komme, dann benutze ich den Rest, um ein paar Helden hochzuziehen oder so. Würde ich auch mal empfehlen, irgendwie ein bisschen immer anzusparen, Honor. Ja, dann würde ich sagen, war's das für das Video und wir verabschieden uns. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Mal sehen, vielleicht, wenn ihr mehr von solchen News wollt, könnt ihr das auch immer in die Kommentare schreiben, da sind wir relativ offen. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Ja, dann seht ihr hier unter der MANA-Anzeige noch den Instagram-Namen. Genau da, unter der MANA-Anzeige. 1 cm. 1 Nanometer. Okay, auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Bis zum 15. Mal und tschau.